Also wisst ihr, ich bin eigentlich sprachlos, aber was ich sagen möchte, das ist eine wahnsinnige Teamleistung gewesen. Wir haben die letzten Monate so viel gekämpft, wir haben uns über Inhalte Gedanken gemacht, wir haben so viel dafür getan, dass wir dieses wahnsinnige Ergebnis endlich wieder erzielen und das ist ein Ergebnis, was uns allen gebührt und ich danke euch von ganzem, ganzem Herzen, alle mit gelben Brüllen, ihr lieben Julis, dass ihr gekommen seid, quer aus dem Bundesgebiet zur Unterstützung. Tausend Dank an euch, großartig!